Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, eine ganz entspannte Runde Fortnite mit dem lieben Attinj zusammen, was geht Attinj? Was geht? Ja Digga, frag mich wie man das essen kann Digga, ich finde es voll eklig Digga, Scheffo, du frisst einfach so eine Fledermaus, Digga. Oh mein, nicht schlecht Digga, hier mit mir ist nicht schlecht. Digga, die Chinesen Digga sind dicklich Digga. So konnichiwa. Scheffo, das ist echt vor meine Augen so ein Tick, tote Fledermaus, Das ist schon ehrenlos Digga, haste ich das? Aha, ist klar. Scheißmal ist es noch ehrenlos, wie kann man sowas machen? Wie kann man es sein fressen, weißt? Ab einen, ab einen, da ist noch einer. Okay, hast du ihn? Es war Corona-Virus-Time. Es ist Corona-Time. Ich kann mein Handy schwitzen, schimmeln. Es ist Corona-Time right now. Ich habe Scar Digga, Scar Digga. Obwohl Scar ist immer so eine gute Waffe Digga. Digga ist als ein Gegner. Safe, komm. Nein, lass mich dann. Warte, ich habe keinen Bock. Geh weg. Die schießen schon auf uns mal. Hat einfach Bock. Wir wissen, was für eine Waffe er hat. Nee, keinen Bock. Ich soll mal diesen ersten Bot-Sack machen, Bro. Es war voll ab, die Bots. Toa, kein Thema. Komm, wir gehen beide drauf. Hab ihn. Warte, geh nicht rein, geh nicht rein. Ich bin schon drin. Ich dachte, er fällt. Warte, ich habe einen Jump-Head Digga. Boah, ich habe einen Jump-Head. Boah, es ist klar. Alter, ich kann das jetzt gar nicht nehmen. Ich habe auch schon, ich habe schon Scar. Das Sniper. Aha. Ja, das ist der Sniper. Okay, perfekt. Boah, geil Digga. Ey, jetzt gefällt es mir, wie wir spielen. Ey, Bro, du musst aber mehr aufpassen. Am Ende kommt irgendein Wichser von hinten, den Köln ist weg. Ja, Walla, ja. Walla, ja. Ist immer so. Die spielen eigentlich nie schlecht. Nur die Wichser kommen von hinten halt. Teil, hol mal diese Sniper. Hast du schon einen? Ja, ja, ich habe schon einen Sniper, Gott. Oh, ist was besser, Lila oder Gold? Hast du Medikits? Hast du Medikits? Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin. Arrik. Ja, Arten, fuck, man. Fuck, Digga. Tschö, tschö, ich werde die haben, das ist ein Schlepp, das ist ein Schlepp. Nur eine Waffe. Boah, ich kann grad nichts machen, weißt? Am Mann, er kommt von oben. Er kommt von oben. Er will mich unbedingt. Hast du ihn? Nein, er liegt mich an. Ja, Mann, wir müssen mal aufpassen, ich meinte das. Ich habe viele, die genossen mitge-gönnungen. Du hast es nicht geschafft, ich habe mitge-gönnungen. Nein, wir können jeden. Es ist ein Schlepp, wir können mitge-gönnungen. Warten Menschen, wir können die Hände wegwarten gehen. Ich habe nur eine Schlepp über angebracht, Gereke. Das ist ein Schlepp. Ich habe da schon eine Schlepp. Ich habe das Shlepp. Es ist ein Schlepp. Und das ist ein Schlepp. Ich habe diese Schlepp. Ja meine Mama von hause ist es so süß Ich habe 50 geilen Loot Digga, schau mal an Wird nicht geilen Looten Digga, warte mal Wird nicht miese Loot, ja egal Freunde Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und reingehauen